hallo liebe zuschauer die entscheidung ist gefallen wo unsere erste tour hingeht ihr habt sie für uns ausgesucht und es ist die rosa roten delphine ja wir haben die filme gerade wir haben anscheinend hier rosa rote delphine im süden von unserer insel da sind zwei inselgruppen davor das ist eine tagestour und wir werden unsere filmausrüstung natürlich mitnehmen zwei unterwasser kameras haben wir dabei meine drohne und ja hier unseren stick mit der dji osmo pro ihr werdet also live dabei sein und wir werden mal gucken wie das eben halt ist ob sich das auch lohnt ich glaube der preis ist bei 1900 watt pro person und wir sind riesig gespannt was da auf uns zukommt so ihr könnt weiter reisen aussuchen für uns oder touren wir sind gespannt was dann das nächste ist ok und ich sage hier mal tschüss unterbrechung hallo liebe zuschauer die firma samoyausflug.de ist auf mich aufmerksam geworden weil ihr so viele klicks auf meinem kanal gemacht habt und sie haben mir angeboten ihre ausflüge und das alles was sie anbieten zu testen und ihr könnt dieses aussuchen was ich testen soll mit meiner freundin am ende von diesem film in der film beschreibung könnt ihr den link dazu finden und dann könnt ihr nachsehen was wir als nächstes testen sollen ok und hier geht der film weiter tschüss